Irgendwie... Und irgendwie kannst du ihn verstehen. Ja. Naja. Kennst du das nicht? Ich meine... Das ist ja vielleicht auch ganz normal. Ja, klar. Und irgendwie hatte er Lust, dich zu ficken. Du, das kenn ich. Das kommt so aus der Mitte. Das ist so ein Impuls. Jetzt war mal nicht gleich so ein Film, ja? Ich frage überhaupt keinen Film. Ach, du hast einen Knall. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dir? Was denn? Dass du immer... ...dokst, wo es fischig wird geschrien, als deine Leute sofort die Untersuchung fordern. Die Untersuchung? Okay, sie findet sich für die Stadt. Die Leute vom Kaffioltrasse sagen nur, die Anleihe sei direkt an Schiedsrederei gegeben und die Kontrakte mit den Baufirmen waren von Schiedsrederei zu tätigen. Schiedsrederei. Am besten wär's, wenn du schicktest selbst einen Mann mit gutem Ruf, der dein Vertrauen hat und unparteiisch ist hineinzuleuchten in diesen dunklen Rattenkönig. Friede und Glocken, was man wünschen kann. Keine Kajanlagen. Die Kaffioltrasse 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 Untertitelung des ZDF, 2020